Hallo, ich bin Severn Suzuki und spreche für die ECO, die Environmental Children's Organization. Wir sind eine Gruppe von 12- und 13-Jährigen aus Kanada, die versuchen, etwas zu verändern. Vanessa Satty, Morgan Geisler, Michelle Quick und ich. Wir haben das ganze Geld selbst aufgebracht und 5000 Meilen zurückgelegt, um Ihnen, den Erwachsenen zu sagen, dass sie ihre Gewohnheiten ändern müssen. Ich bin heute hierher gekommen, um für meine Zukunft zu kämpfen. Die Zukunft zu verlieren, ist nicht vergleichbar mit dem Verlust einer Wahl oder ein paar Punkten auf dem Aktienmarkt. Ich bin hierher gekommen, um für alle kommenden Generationen zu sprechen. Ich bin hier, um im Namen der hungernden Kinder auf der ganzen Welt zu sprechen, deren Schreie ungehört vorheilen. Ich erhebe meine Stimme für die vielen sterbenden Tiere auf diesem Planeten, die nicht mehr wissen, wohin. Wir können uns nicht leisten, sie nicht zu hören. Ich habe Angst vor Sonnenstrahlen wegen der Löcher in der Ozonschicht. Ich fürchte mich davor, die Luft einzuatmen, weil ich nicht weiß, welche Chemikalien sie enthalten könnte. Ich war oft mit meinem Vater fischen, bis wir vor ein paar Jahren einen Fisch voll von Krebserkrankungen fingen. Und jetzt hören wir täglich von Tieren und Pflanzen, die aussterben. Sie verschwinden für immer. In meinem Leben habe ich davon geträumt, große Herden, wilder Tiere, Dschungel und Regenwälder voller Vögel und Schmetterlinge zu sehen. Aber nun frage ich mich, wie lange es sie wohl noch geben wird und ob meine Kinder sich auch daran erfreuen können. Hatten sie sich in meinem Alter über diese Dinge Sorgen machen müssen? All dies geschieht vor unseren Augen und doch tun wir so, als ob wir alle Zeit der Welt hätten und für jedes Problem die Lösung. Ich bin nur ein Kind und ich kenne die Lösungen nicht. Aber ich möchte sie daran erinnern, dass auch sie nicht alle Probleme lösen können. Sie wissen nicht, wie die Löcher in unserer Ozonschicht zu beheben sind. Sie wissen nicht, wie man Lachse in einem toten Fluss ansiedeln kann. Sie wissen nicht, wie man ausgestorbene Tiere wiederbelebt. Und sie können nicht die Wälder zurückbringen, die einst dort standen, wo jetzt Wüste ist. Wenn sie nicht wissen, wie man die Schäden repariert, dann hören sie damit auf, weiter Schäden zu verursachen. Hier sind sie Delegierte ihrer Regierungen, Geschäftsleute, Organisatoren, Reporter oder Politiker. Aber in Wirklichkeit sind sie Mütter und Väter, Brüder und Schwestern, Tanten und Onkel. Und sie alle sind jemandes Kind. Ich bin nur ein Kind, aber ich weiß, dass wir alle ein Teil einer Familie sind, bestehend aus 5 Milliarden Menschen und 30 Millionen Tierarten. Und wir alle teilen die gleiche Luft, das gleiche Wasser, den gleichen Boden. Grenzen und Regierungen werden das niemals ändern. Ich bin nur ein Kind, aber ich weiß, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass wir unsere Herausforderungen nur miteinander bewältigen können. In meiner Wut bin ich nicht blind und in meiner Angst schürchte ich mich nicht, der Welt zu sagen, wie ich mich fühle. In meinem Land haben wir sehr viel Müll. Wir kaufen und werfen weg. Kaufen und werfen weg. Und dennoch sind die nördlichen Länder nicht bereit, mit den Bedürftigen zu teilen. Selbst wenn wir mehr als genug besitzen, haben wir Angst, unseren Wohlstand zu verlieren. In Kanada führen wir ein privilegiertes Leben mit reichlich Nahrung, Wasser und Unterkunft. Wir haben Uhren, Fahrräder, Computer und Fernsehgeräte. Wir waren schockiert, als wir vor zwei Tagen hier in Brasilien etwas Zeit mit einigen Kindern auf der Straße verbrachten. Eines dieser Kinder sagte uns, ich wünschte, ich wäre reich. Und wenn ich es wäre, würde ich allen Straßenkindern Essen, Kleidung, Medizin, Unterkunft, Liebe und Zuneigung geben. Wenn ein Kind, das auf der Straße lebt, das nichts hat, bereit ist zu teilen, warum sind wir, die alles haben, so geizig? Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, dass diese Kinder in meinem Alter sind, dass es einen gewaltigen Unterschied macht, wo man geboren wird, und dass ich eines dieser Kinder in den Favelas von Rio sein könnte, ein verhungerndes Kind in Somalia sein könnte, ein Opfer des Krieges im Nahen Osten oder ein Bettler in Indien. Ich weiß, ich bin nur ein Kind. Wenn aber das ganze Geld nicht für Krieg, sondern für die Abschaffung der Armut und die Erforschung umweltverträglicher Alternativen ausgegeben würde, was wäre diese Erde für ein wunderbarer Ort? In der Schule, sogar im Kindergarten, lehren sie uns, wie wir uns in der Welt zu verhalten haben. Sie lehren uns, nicht gegeneinander zu kämpfen, Konflikte auszudiskutieren, andere zu respektieren, unseren Müll zu entsorgen, andere Kreaturen nicht zu verletzen, zu teilen und nicht gierig zu sein. Und warum tun sie all diese Dinge in dieser Welt, von denen sie uns sagen, sie nicht zu tun? Vergessen sie nicht, für wen diese Konferenzen abgehalten werden. Wir sind ihre eigenen Kinder. Sie entscheiden, in welcher Art von Welt wir aufwachsen. Eltern sollten ihre Kinder trösten können mit den Worten, alles wird wieder gut, wir tun das Beste, was wir können, und es ist nicht das Ende der Welt. Aber ich glaube, das könnt ihr nicht mehr zu uns sagen. Stehen wir überhaupt noch auf eurer Prioritätenliste? Mein Vater sagt immer, du bist, was du tust, nicht, was du sagst. Nun, das, was ihr tut, lässt mich nachts weinen. Ihr Erwachsenen sagt, dass ihr uns liebt. Ich fordere euch auf, lasst euren Worten Taten folgen. Danke fürs Zuhören. Es ist nicht der Ende der Welt, und wir tun das best, was wir können. Aber ich glaube, ihr könnt das zu uns sagen. Wir sind sogar auf deinem Liste der Prioritäten? Mein Vater immer sagt, du bist das, was du tun, nicht was du sagen. Well, was du tun macht mich zu schreien. Du grönerst sagst du uns liebst. Aber ich schaue dich, bitte, make your actions reflect your words. Thank you.